So, hier haben wir ja links und rechts abgegrast und gehen jetzt ins Schiff, um uns die bittere Wahrheit anzusehen. Ach komm, ich sag mal, dass es was Gutes ist. 225. Es waren aber bestimmt keine 225 Missiles. Scheiße, waren es doch 230? Ach, fuck. Wo sind diese letzten beschissenen 5 Missiles? Habe ich am Anfang gesagt, dass ich ein Missile-Pack vergesse? Habe ich das gesagt? Ich kann mich noch an sowas irgendwie erinnern. Ach, scheiße, wo ist das? Das kann jetzt überall sein. Das kann überall sein. Im Rack-Chip? Habe ich im Rack-Chip eins übersehen? Das wäre jetzt auch irgendwie der Hammer, fände ich. Oh. Aber im Rack-Chip und im Meridia bin ich mir eigentlich am unsichersten, ob ich alles habe. Also ich sag mal so, Rack-Chip und Umgebung. Das heißt Rack-Chip und, ja, ich sag mal so Oberfläche von... Also, äh, wie heißt es denn jetzt? Ich hab's vergessen. Wie heißt die Umgebung? Criteria. Aber ich bin mir wirklich unsicher. Ich bin mir so unsicher. So, da oben war ja aber auch nichts. Also zum Beispiel kein Item mehr. Und da oben? Nee, da oben nicht. Wenn ich... Ich bin zu erkundigen, hier ist grad ein bisschen Quatsch, aber... Irgendwo muss das Item sein. Irgendwo muss es sein. Das ist eine beschissene Missile-Container. Hätte ich doch nur diesen einen Missile-Container nicht gefunden, dann hätte ich jetzt ruhig schlafen können in der... In der Dings, dass ich, äh... Ja, halt alles hab. Gut, okay, dann wär's mir halt aufgefallen, nach Mother Brain. Beziehungsweise, wenn ich nachgeschaut hätte. Weil ich hab ja gesagt, ich schau nochmal kurz nach zur Kontrolle. Ob wir dann wirklich alles haben. Da oben waren wir. Da unten waren wir. Überall da waren wir. Waren wir... War da noch irgendwas weiter in dem Raum? Ich wüsste aber nicht was. Ich wüsste nicht was. Geht's hier rein? Da müssen wir jetzt halt wirklich alle Wände abscannen, weil... Scheiße, einbeschissener Missile-Container. Ha! Da, 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 da. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab Hoffnung. Ich hab Hoffnung in die Welt. Oh ja, sehr viel Hoffnung. Bitte sei kein Scheiß. Dankeschön, Stachel. Äh, gut, okay. Ach so, die gehen gar nicht bis ganz runter. Auch sehr interessant. Der Raum sagt mir gar nichts. Denn... Ich hätte schwören können, dass es so einen Raum in Super Metroid nicht gibt. Wenn man mir ein Video davon gezeigt hätte. Aber... Oh, Gott sei Dank. Wir haben ihn. Den letzten Missile-Container. Hoff' ich. Oder es gab wirklich 250. Aber 230 sieht auch gut aus. Ich hätte, wie gesagt, auch schwören können, dass es 220 waren, aber... Nun gut, dann war das halt nicht so. Und es waren 230. Ich werde auf jeden Fall noch mal nachschauen, weil... Ich will nicht Mother Brain besiegen und dann... Oh! Wir haben doch nur 99%. Das wäre so ein bisschen scheiße, fände ich. Fände ich nicht ganz so toll, nee. Deswegen verlassen wir dieses Höllenloch so schnell wie möglich wieder. Gehen zurück zu unserem Schiff. So, zurück zu unserem Schiff, ohne uns von Fischen ärgern zu lassen. Beziehungsweise lösen vielleicht sogar noch Statuen auf. Ich weiß es nicht. Oder aus. Das ist jetzt wirklich die Frage. Also nach... Thorian will ich eigentlich heute nicht mehr gehen. Oder will ich vielleicht doch? Ich sehe hier jetzt halt nur links, dass... Ja, noch so drei bis vier Minuten fehlen. Und was macht man in drei bis vier Minuten, wenn man schon alle Items hat? Ich könnte jetzt eigentlich noch mit irgendeinem Scheiß voll labern. Oder ich könnte wirklich schon die Statuen aktivieren. Das kostet auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ich versuche natürlich immer auf 10 Minuten Parts zu kommen, dann so. Und deswegen kann man das ja auch recht gut hier einplanen. Wenn man links auf seinem zweiten Bildschirm stehen hat, wie viel Zeit schon aufgenommen wurde. So, ihr kleinen Viecher. Könnt mir jetzt auch nicht mehr ganz so viel anhaben. Und ja, es ist jetzt halt wirklich... Was soll ich noch entdecken oder erkunden? Ich habe schon alles. Zum Beispiel laut Datenbank. Scannen können wir ja nicht. Also von dem her... Gehen wir durch Alturian nochmal. Eine letzte Runde. Und schon wieder schon eine Minute rum. Schön. Gefällt mir doch. Vielleicht machen wir mal vor dem Statuenraum schon Schluss. Das wäre mir ja auch eine Freude. Weil so dieser Turian-Endboss-Dingens-Abschluss-Part... ...will ich vielleicht ganz am Schluss machen. Oh, da geht es durch. Interessant. Wo kommen wir denn da hin? Wir kommen zu einer schwarzen Tür. Die jetzt noch nicht von Bedeutung ist. Oh, hi. Die Viecher müssen sich auch denken. Was machen die überhaupt die ganze Zeit hier? Ich meine... Gut, okay. Die kamen hierher, weil der Alarm da war. Dann wurde ja alles so ein bisschen wach, sage ich mal. Aber... Die sind hier irgendwie ein bisschen falsch gelaufen. Ja. Hier geht es zum alten Bönster. Ach, wie doof. Ich habe... Der Eingang zum neuen Turian durch alte Turian. Das wäre ein bisschen doof. Ups. Ups. So. Okay, dann halt nochmal. Das habe ich wirklich nicht mit Absicht gemacht. Aber ich war wirklich gerade der Meinung, dass es hier zu... Ja, zu dem Statuenraum geht. Also, ich weiß natürlich noch, wie die... Ich sage mal, die geografische Umgebung davon ist. Aber... Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich hätte schon hören können, dieser Zickzackraum geht da unten dann weiter. Also, dieser Raum, der gleich da oben links weitergeht. Ja, gut. Aber das sind so die letzten paar Minuten, sage ich mal. Oder paar Sekunden. Die werden sonst noch fehlen. Dann sage ich mal so, überziehe ich da noch gleich, weil wir sind jetzt schon fast... Ich glaube, eine Minute fehlt jetzt noch. Man muss hier so ein bisschen das abziehen, was... Ja, was am Anfang nicht drauf ist. Und von dem her... Sollte es das jetzt gleich gewesen sein. Und ansonsten gibt es einen 49 oder sowas Part. Und wie gesagt, ich hätte schwören können, dass dieser Raum... Oder... Ja, ich hätte es schwören können, aber mir war irgendwie so, als würde der Raum dann jetzt danach kommen. Aber naja... Ähm... Statuen öffnen oder nicht? Wir öffnen die Statuen. Und zwar... Haben wir besiegt... Erstmal... Great... Dann... Dann... Fenton... Geht ein bisschen langsam. Aber ich finde es schön... Wie die Seelen dann auch so ein bisschen verschwinden. Dann Dragon... Dragon, nicht Dragoon. Ich habe es gelernt. Außer hat der Seele verschwindet. Und zu guter Letzt... Ridley. Der salzamerweise im pinken Kristall hatte, obwohl er rot geleuchtet hat. Finde ich ein bisschen salzsam. Und da wir alle Wächter dieses Planeten besiegt haben... Ähm... Ja, verschwindet die Statue. Erstmals. Oder erstmal... Erstmals würde er bedeuten, dass er noch öfters verschwindet. Und gibt uns... Hoffentlich dann bald... Ja, genau, den Weg nach... Turian frei. Was überschwemmt ist, was ich ganz witzig finde. Weil Turian an sich ist eigentlich nicht überschwemmt. Aber das sind dann so... Ich verstehe nicht ganz, wieso sie ja Wasser eingebaut haben. Ich meine, das hätte zum alten Turian vielleicht gepasst, dass es dann irgendwie überschwemmt ist oder so was. Aber... Wieso, dass neuere Turian jetzt ein Unterwasserversteck sein muss? Das ist dann doch kein Unterwasserversteck, weil es ja... Nicht unter Wasser steht, sondern... Ja, in so einer Art Luftkuppel dann ja sein müsste. Ja, das ist alles ein bisschen seltsam. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Super Metroid. In Turian. Wo wir uns Mother Brain stellen werden. Und unser Baby suchen. Also dann. Ciao.